Jo, liebe Freunde, es ist Zeit, das Gewinnspiel aufzulösen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, es ist schön, wieder mit euch zu sprechen. Es war ein ganz komisches Gefühl, jetzt ein paar Tage gar nichts hochzuladen. Ich melde mich aus meiner Weihnachtspause, ich hatte ja in meinem letzten Stream des Jahres schon angekündigt, ich werde eine kleine Pause machen, Dezember, CPM, hin oder her. Ich brauche ein bisschen Zeit für meine Familie und mich und jetzt bin ich gerade beim Heido. Ja, auf jeden Fall habe ich sechs Gewinner ausgewählt von meiner großen Weihnachtsverlosung. Platz 1 erhält ein Nocturne Halfbrick, Somnium, Nocturne Halfbrick und Platz 2 bis 6 erhalten jeweils ein Nocturne Deck. Also ein Halfbrick und fünf Einzeldecks, das hat alles in allem ungefähr einen aktuellen Wert. Wenn ihr guckt, für wie viel das auf Ebay weggeht, ich weiß, manche finden das ein bisschen schwierig damit zu rechnen, ich tue es. Das dürfte alles ungefähr bei einem Wert von 660 Euro gerade liegen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, ich glaube 660 Euro kann das sein, warte, lass mich das ganz schnell nachgucken. Ich habe das hier gerade auf, ja, 660 Euro. Okay, dann lasst es doch direkt loslegen, ihr wartet alle. Die Gewinner habe ich jetzt auch schon per E-Mail kontaktiert, also ihr wisst Bescheid. Einfach um nochmal sicher zu gehen, ich werde ja jetzt nicht eure Adressen hier liegen, sondern ich sage jetzt den Vornamen, den Anfangsbuchstaben von eurem Nachnamen und ich sage die Stadt, aus der ihr kommt. So bleibt ihr möglichst anonym. Ich verstoße gegen keine Datenschutz-Dingens-Kirchen-Gedöns-Richtlinien und ihr wisst trotzdem, dass ihr gewonnen habt und könnt euer E-Mail-Postfach nochmal checken, um sicher zu gehen. Also, fangen wir an bei den Einzeldecks. Da wären einmal Noelle K. aus Dresden. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst ein unterschriebenes Somnium Nocturne Deck von mir. Dann haben wir Finn B. aus Walsrode, auch an dich. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Nocturne Deck. Dann haben wir Julian S. aus Weiden in der Oberpfalz, was auch immer das für ein Name ist, anscheinend wohnst du da. Genau. Dann haben wir Nico F. aus Grünberg. Herzlichen Glückwunsch an dich und ich muss einmal scrollen. Dann haben wir Johannes H. aus Isni. Auch du hast ein Nocturne Einzeldeck gewonnen. Und jetzt kommen wir zum großen Hauptgewinn. Wer hat das unterschriebene Halfbrick bekommen? Und wenn ich das jetzt verkünde, macht euch keine Sorgen, Freunde. Es wird solche Verlosungen immer wieder geben. Es wird immer wieder Verlosungen geben. Ihr könnt auf Twitch, wenn ihr da fleißig zuguckt, mit 100.000 Ehrenpunkten unterschriebenes Copac-Deck bekommen. Aktuell, ich weiß noch nicht, wie lange ich das drin habe, aber aktuell habe ich das drin. Und so weiter und so weiter. Also Verlosungen gibt es immer wieder. Ich schulde euch noch eine 316.000-Abo-Verlosung, denn wir haben es geschafft. Wir haben wieder alles an Abos aufgeholt, was wir im Laufe des Jahres verloren haben. Mehr dazu dann in meinem Jahresrückblick 2020. Okay, ihr wisst Bescheid, Verlosungen gibt es immer wieder. Den Hauptgewinn gewonnen hat Franziska A. aus Moos. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Somnium Nocturne Halfbrick. Ich unterschreibe dir alle sechs Decks und ich unterschreibe dir die Halfbrick-Box auch nochmal einfach auf Lecker Schmecker. Ja, so, ich habe mich bei euch sechs Personen per E-Mail gemeldet. Ihr checkt bitte nochmal euer E-Mail-Postfach, ob ihr eine E-Mail bekommen habt von mir. Aber ich habe eure Adressen ja schon, das ist das Schöne. Ich muss jetzt nicht warten darauf, dass ihr mir die Adressen schickt. Und das war immer richtig Nasenbluterei in der Vergangenheit. Ich glaube, ich mache Verlosungen jetzt immer so. Das war zwar im Voraus ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür ist es jetzt einfacher. Ich habe eure Adressen. Ihr bekommt die Gewinne Anfang Januar. Okay, ich bin jetzt leider bis Ende des Jahres noch unterwegs. Und Anfang Januar werde ich ganz in Ruhe euch die Gewinne rüberschicken. Ja, also ihr solltet die... Warte, lass mich kurz gucken, dass ich euch schon mal ein Datum nennen kann. Ihr solltet die, denke ich, spätestens am 8. Januar haben die Gewinne. Okay, spätestens. Soweit ich das jetzt sehe, ja, das sind alles Gewinne in Deutschland. Also sorry an alle Österreicher, Schweizer, Italiener, Luxemburger, die mitgemacht haben. Tut mir leid an der Stelle und alle anderen genauso. Aber das Schöne daran ist, ihr müsst da nicht so ewig lange warten. Wenn Gewinne in die Schweiz gehen, dann dauert das manchmal vier, fünf Wochen, bis die über einen Zoll sind und dann bei euch angekommen sind. Deswegen. Okay, alle, die jetzt nichts gewonnen haben, bitte nicht enttäuscht sein. Wie gesagt, Verlosung gibt es immer wieder. Und wir sehen uns in nur noch einem Video in diesem Jahr. Und zwar in meinem Jahresrückblick an Silvester. Und dann behalte ich meine Pause bis zum 4. Januar. Montag, der 4. Januar. Da geht es wieder los mit dem ersten Stream des Jahres. Und da kommen dann auch wieder fleißig Videos. Und zwar täglich. So wie gewohnt seit August eigentlich. Okay, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns übermorgen zum Jahresrückblick. Ich brauche euch noch keinen guten Rutsch wünschen. Das mache ich dann. Gut. Alright. Dann beenden wir einmal die Aufnahme an der Stelle. Kurz zur kleinen Info. Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, ihr solltet das definitiv tun. Haido hat gerade mit mir zusammen getrainiert und hat das ganze Bad voll gekotzt. Kleiner Funfact an der Stelle. Mehr Infos dazu gibt es dann im Vlog. Haut rein, Freunde. Und gönnt euch einfach nochmal diesen wunderschönen Anblick. Oh, ist das nicht schön? Hat der Hikes so sehr schön gemacht. Okay, gut. Peace out. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020